Ich hab Hunger. Hunger? Okay. Ich mach dir ne Pizza. Dann macht ihr was. Also wir hätten die hier, die hier oder die hier. Na gut. Thunfisch. Mehr haben wir nicht. So, Pizza ist im Ofen. Aber ich geh gleich kurz noch mit dem Goldfischgassi. Und danach baue ich uns ein Haus. So, schneide ich die noch grad. Lass es dir schmecken. Wobei, die esse jetzt ich.